Moin meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, es ist soweit. Candy hat einfach a wife gedisst, beziehungsweise ich weiß es noch nicht, ob er ihn gedisst hat. Das wollen wir jetzt herausfinden und das Ganze natürlich mit einer saftigen Reaction, Freunde. Der Song kam vor 8 Stunden raus, hat schon fast 15.000 Aufrufe, eben noch geliked, 2k Likes und über 230 Kommentare, Freunde. Die Leute gehen auch schon hier, alle schreiben, der Song ist geil, dein bisher krassester Diss-Track. Okay, warte, Candy und Floschi sind zusammen, hä? Oh mein Gott, das wird sicherlich wieder mal ein super Song. Also ich bin unnormal, unnormal gespannt. Keine Ahnung, was da jetzt passieren wird. Wir hören uns zusammen an und achten auf jede, jede Kleinigkeit, auf das Musikvideo, auf die Sounds, auf alles, was man überhaupt wissen muss. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, Freunde. Ballert ein Abo, ballert ein Like, kommentiert gerne und dann let's go. Also ich bin mega gehypt. Ich werde wirklich auf alles reagieren, Leute, auf jede Sache. Der Cutter von Avive und meine Rechnung wurde schon seit 3 Monaten nicht mehr bezahlt. Avive hat Schulden, Geldprobleme, er schuldet noch 5.000 Euro. Wo sind ihr, Avive? Avive hat mein Hund in Minecraft umgebracht. Mann, ich hasse. Okay, also stark, stark, stark. Er hat so ein bisschen die Leute mit reingezogen. Ob das halt so stimmt, weiß man nicht. Ob das jetzt echt so ist. Kann ja auch Spaß sein, kann aber auch ehrlich sein. Und geil, dass Stani und Tony und Floschi da auf jeden Fall mitgemacht haben. Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt, wie die Line losgeht. 5.000 Euro, wo sind die hier bei? Warte, wie viel, wie viel? 5.000 Euro? Wo sind die hier bei? Wife hat mein Hund in Minecraft umgebracht. Mann, ich hasse. Hi, Wife, ade. Sag, fühlst du dich sicher? Fühlst du dich wie ein Macher? Fühlst du dich wie ein Gewinner? Pam, 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 besser duck dich weg. Pam, 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 candy, das geht unter die Gürtellinie. Wie dein kleiner Schwabbelbauch, hab seit... Dieses Pam, Pam, Pam mit dem Musikvideo, das da genau an den Stellen immer TNT explodiert und er seinen Skin sozusagen nachgebaut hat, finde ich sehr, sehr stark. Bist du dich sicher? Fühlst du dich wie ein Macher? Fühlst du dich wie ein Gewinner? Pam, 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 das ist geil. Besser duck dich weg. Pam, 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 candy, das geht unter die Gürtellinie. Wie dein kleiner Schwabbelbauch, hab seit Tag einst ne Stadt gebaut und jetzt geht sie in Flammen auf. Dieser Diss ist kein Schal und Rauch, nein, ich krieg dich und raste aus und du fühlst dich so cool, wenn die Community nachher braucht. Wie weit muss man gehen, das ist nicht hier weiter, nee, das ist Low-Qualität. Oha, warte, 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 er macht jetzt auch Double-Time oder geht wird schneller. Erstmal nochmal auf die erste Line. Also. Dörte Linie wie dein kleiner Schwabbelbauch, hab seit Tag einst ne Stadt gebaut und jetzt geht sie in Flammen auf. Okay. Dieser Diss ist kein Schal und Rauch, nein, ich krieg dich und raste aus und du fühlst dich so cool, wenn die Community nachher braucht. Ähm, ja. Ja, stark. Schön gemacht, rhythmisch sehr, sehr stark. Ich hab nur noch außer diesen, diesen, äh, mit dem Bauch noch keinen Diss gehört, aber weiter. Wie weit muss man gehen, das ist nicht hier weiter, nee, das ist Low-Qualität, war ne dumme Idee und das weißt du auch. Die einzige Kuhdruck der Kind im Bauch. Komm doch, Blondschopf, zeig, was du kannst, bin bereit. Was? Also das schon sehr persönlich, das, das hätte ich sehr persönlich genommen. Also, wenn ich, wenn ich, also stark, stark, auf jeden Fall stark gemacht, wenn ich ne Frau hätte und ein Kind und das mit reingebracht wäre, dann wäre für mich vorbei, Leute. Also ich schwöre, dann, dann hätte ich, wäre ich jetzt erwart, ich hätte keinen umgebracht. Einzige Kuhdruck der Kind im Bauch. Komm doch, Blondschopf, zeig, was du kannst, bin bereit für den Kampf, es liegt in deiner Hand. Komm ruhig nach Madrid, reich, buch den Flug. Mach nicht auf cool, du bleibst ein Nu. Die Wahrheit ist stark, also ich muss echt sagen, Bruder, Candy hat sich geisteskrank verbessert. Die Lines waren gut, waren okay, aber die Art und ich style, wie er das rüberbringt und singt oder rappt, ist stark. Also da muss man echt sagen, der Typ hat sich krank verbessert. Das Gesicht, ja, ich weiß, es ist hart, doch bevor du mich klein kriegst, wächst dir von alleine ein Bart. Wie habe ich es geschafft, Bart zu bekommen mit zwei Mohnen? Lein Kriegst, wächst dir von alleine ein Bart, das geht weit über Minecraft und ist für dich dein Endgame. Deine Haare sind so blond, ich könnte flauschig labfremd gehen. Okay, geil, 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 weiter geht's. Das mit dem Vater war nicht richtig geil. Also dieses mit Bibi, Bibi war ein bisschen zu viel, so Riri, Bibi, Bibi, okay, trotzdem stark, ne, feier ich so, aber das war ein bisschen zu viel, würde ich jetzt nicht so als Diss sehen, aber dass er sagt, das fand ich jetzt zu viel. Also das mit Bibi, 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 oder Sheeryn, Empty. Sheeryn? Meint er Sheeryn, David? Das fand ich so ein bisschen zu viel, also das mit Bibi's Beauty Palace, da so reinzubringen, der Rime hat nicht funktioniert. Am Ende war ein bisschen, finde ich, unpassend an der Stelle, von der Idee her sehr, sehr geil, hat leider nicht reingepasst, aber trotzdem nicht schlecht. also kann man nicht beim hängen ist okay jetzt bin ich gespannt das mit seinem vater fertig weil es alleine nicht mehr läuft du dein vater ein klick warum finde ich das lustig weil es alleine nicht mehr läuft willst du dein vater in clips satzmäßig macht er nicht so sinn aber von der idee und vom dings her ist der geil also dass das so mein bester also das ist mein favorite bis in dieser in diesem song der finde ich wirklich sehr sehr stark ich bin gespannt was weiterkommt gegen meinen wiss ist doch so ein hotchiff ein witz was für ein climax ich boxe auch ohne mio gegen dich bereit für das große finale du dachtest ich würde dazu nicht sagen ich plane die rache seit einigen tagen die zeit ist gekommen um zurück zu schlagen setz dich locker schachmatz weil ich okay also wirklich kommen wir nicht klar wie krass keine sich verbessert hat also diese schnellen stellen sind die hören sich wirklich krass an also es ist nicht so dass ich das jetzt nur so sage die hören sich wirklich gut an diesen melodisch und technisch echt gut das kann nicht jeder also an der stelle an der stelle muss ich echt sagen brauche 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 die respekt also wirklich ich hätte nicht gedacht dass das so ein banger wird mir hätte länger also längerer song gefallen diese zwei minuten fand ich bin ich ehrlich zu wenig aber wie gesagt das wieder geschmackssache zwei minuten ist zu kurz meiner meinung ich finde so ein district sollte man wirklich die person begraben auseinander nehmen mehrere lines mehrere beats mehrere dings ihr kennt ihr alle bei den profi rappern und die ganzen leuten da draußen wenn jemand wissen dann nehmen die sich wirklich zeit setzt sich daran für sechs minuten hat es bei mir auch gesehen ich habe mein song über candy ging ja auch länger aber ich muss wirklich sagen dass candy mich enormst überrascht hat überrascht hat und dass der song rhythmisch melodisch rap technisch vor allem sehr sehr stark geworden ist die lines einige sind krass einige sind so mehr lustig finde ich so ein bisschen ironisch und einige sind nicht so gut aber es ist auch schwer das muss ich auch sagen das war bei meinem auch so dass man da erstens auf einem level bleibt das weil die zuschauer sind halt meistens jünger leute ne und dass man da halt kinderfreundlich bleibt ist halt sehr sehr schwer dass man da die perfekte wortwahl raus nimmt bei mir war das genauso leute ich hatte eigentlich war mein district über candy ne am anfang den habe ich gezeigt hat gesagt wenn du den rausbringst wirklich erstens kriegst du geisteskrank viel hate und zweitens das ist etwas das macht vielleicht spa sports gegen capital bra so das war schon wirklich ihr wisst nicht was für lines ich da hatte das war schon wirklich auf katastrophen niveau auf hardcore dis rap und dann habe ich den umgeändert und haben die kinderfreundlich gemacht so deshalb ist das schwer das zu sagen an der stelle aber trotzdem wirklich wird dem district echt eine 9 eine gute 9 von 10 geben irgendwas kleines hat mir dann noch gefehlt aber wirklich kennen hat sich so krass verbessert freunde und da muss man echt einfach sagen gut ab gut ab stark gemacht bro und an alle anderen leute checkt auf jeden fall kennen ihr habt checkt auf jeden fall die ganzen anderen videos ab freunde ich hoffe es hat euch gefallen was ist eure meinung schreibt es jetzt in die kommentare und dann würde ich sagen sehen wir uns haut rein und ciao